Wir sind im Weingut am Stein hier, Weingut Ludwig Knoll, ein altes Weingut, aber unter den Würzburger Traditionsbetrieben doch wieder ein sehr junges, auch innovatives Weingut. Wir befinden uns mitten in Würzburgs bekanntester Weinlage, dem Würzburger Stein, mit wunderschönem Blick auf die ganze Stadt, ein schönes, exponiertes Bauwerk, das wir hier haben. Unser Weingut umfasst etwa 40 Hektar in und um Würzburg mit den verschiedenen fränkischen Rebsorten, alles im ökologischen Anbau, in biodynamischer Wirtschaftsweise. Besonders ist natürlich auch die Lagen, auf denen wir unsere Weinberge bewirtschaften. Das sind alles sehr steile Lagen, bis zu 80% Hangneigung, das Allermeiste ist nur in Handarbeit zu bewerkstelligen. Für uns ist es eben sehr wichtig, keinen Mainstream zu machen, sondern wirklich sehr individuell auf den einen und einzelnen Lager einzugehen und dann weinen mit Druck, mit sehr viel Sinnlichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch mit sehr komplexem Geschmack zu erzeugen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl.